Geld Geld und dann ist auch alles glaube ich wieder supi geht das auch los das Sklaven und Lichtfeuer kann ich auch noch mal verkaufen das war auch nicht okay wo ist unser Magie Heini er muss da sein irgendwo verkaufte seine Sachen bevor ich dann... ich habe einfach kein Geld mehr Geld ist nun mal nicht an Bäumen zu wachsen Geld ist nun mal irgendwo Geld Geld okay ist hier doch jemand der mir das abkauft irgendwo hier oben oder so da sind zwei Magie, da sind zwei Heinis aber ich glaube nicht dass wir hier unsere Magie Sachen noch loswerden was soll's ich glaube Magie das kostet da gleich oben 50 ich hab nicht genug Gold mir fehlen nur 800 Goldstücke ich glaube ich bringe gleich einfach die Elfen hier oben wenn das hier so weitergeht wenigstens mal endlich kein Geld mehr aber ich habe euch das ja gesagt das Trainieren das kostet nach so viel in der Raffia konnte ich mich nicht mehr trainieren ich wüsste kein Ort mehr wo ich mich da noch viel günstiger könnte trainieren lassen also auf jeden Fall nicht viel günstiger und da war das schon ganz okay so ich mach mir da jetzt eigentlich nicht allzu groß Druiden Dingens dann haben wir das auch geschafft so kommt her meine Freunde so was haben wir noch Helmplug jetzt geht die Party ab ey das soll ich euch noch ein bisschen Eile geben was bringt mir jetzt eigentlich Waffenmeister Magie die Wege wird zum Nahkampfschaden addiert wie viel Schaden machst du denn jetzt ey du bist doch verrückt ey ja gut er ist völlig wahnsinnig geworden der Kerl ey so einfach mal ein bisschen auf die Bayern schießen okay was kommt denn da alles so an Bayern auf uns zu gerannt Weiern ich nenne sie schon wieder Weiern egal Mann ey Weihbär nehmen Weiern wie soll ich sie eigentlich immer Weiern nennen das ist witzig wow voll der Pfeilrede auf den armen Kerl und die da fliegt ey okay da kommt Urweier und den müssen wir uns besonders annehmen weil der ist böse und macht viel Schadenfeuer bei der Presse weil das hat er sich verdient so kommen wir ja meine Freunde was die können fragt ihr euch wahrscheinlich ja die haben die witzige Gabe dass sie einen mit einem Schlag umbringen können und deshalb sind sie nicht so toll wenn die Presse schliegt so nimm das ey dann nimmst du noch nen Säurestahl ach Gott dir ist ja alles egal ey so dann müssen wir einfach speichern weil ich will ungern gegen die sterben well well ach gleich der erste Schlag gleich der erste Schlag bringt mich um okay ok du machst es nochmal ein gleich der erste Schlag dreht das Viech durch ey oh Alter da steht wie ist das meine die das ist es nicht wert da kann man lieber noch einmal speichern hehehe gefällt dir das? ich meine man macht sich selbst die Regel da nicht sich um zu bringen ich meine da kann man einfach speichern und das ist gut ey jetzt habe ich genug Geld genug Geld für diese Flöte armlos nur ein Kratzer ja das ist nur ein Kratzer noch ey noch ist es nur ein Kratzer gleich beißt ihr die Hoden ab und da war es so einmal hier einmal die Generation einmal hier einmal zu euch ich glaube ich schicke euch alle einfach mal ins Dorf gleich das ist ein ganz witziger Gedanke so einmal hier eine Eile habe ich schon gemacht oder gut okay einmal euch jetzt ich muss dich irgendwie umbringen mein Freund ey das ist nicht witzig mit dir sei dir ich hab dich nicht gern hier hört da war ja kommt auch noch well so tot da bist du als nächster dran hallo du bist ganz schön stark weißt du das das ist nicht nett wieso kannst du einen eigentlich mit einem Schlag umbringen was denkst du dir dabei der andere ist vielleicht auch schon hinter mir tot Urweiber ist tot und da ist der nächste dran ja wie Schaden der halt der Kerl macht hier ne äh hier ihr wisst schon der hat Mexican such Och man ey das ist doch nicht mehr witzig so tot kann er mal damit aufhören was für ne Wahrscheinlichkeit macht er das denn 10% oder so ist doch verrückt ey so ok ja du bist auch tot weibern Urweibern das ist das Schlimmste was es in dem Spiel gibt ey da könnt ihr Level 1000 sein und trotzdem bringt er das Viech um ey hier muss ich mir keine Sorgen machen hier sind nur einfach normale wirklich zu einfach und da kommt ein Süchtiger hinten wieder angeflogen ey da kommt zwei von denen das ist okay da sind drei von denen ey ich krieg ein zu viel das ist ja fantastisch sing und nochmal sing einfach schon mal aus der Distanz töten so ein bisschen dein ist nicht gleich schon dann tot da machen wir um den keine Sorgen mehr ja das ist schön einer weniger weil das ganze Geld ist es auf jeden Fall wert so komm mal her du bist halt nicht dran du bist schön pixelig und groß heilige 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 helden helden tue Okay, Hand, es wird einfach neu, es ist einfach dann keine Hand mehr. Das ist doch wirklich toll, wie sich dieser Zauber verändert. Okay, hallo, Musa Bayer, wer gar keine Bayer ist, sondern irgendwas anderes eigentlich. Und alle kriegen jetzt Regenerin. Und Blegi, hallo, meine blöde Katze ist schon wieder da. Und will mir auch gemerkt, weil sie was zu fressen haben will. Weil ich der Einzige bin, der jetzt weiter es gehen kann. Ist ja auch wundervoll. So, komm jetzt her. Und sterben, denkt es sich. Ja, stimmt. Blöder Weiher. Ja, alle sterben jetzt, ey. So, raus den Weg. Das habt ihr davon, ihr Spinner. Also, du bist der Nächste. Immer gleich der Urweiher umbringen. Das ist der Schlimmste von einem, die es mal aus neu hat. Auf zu beißen. Sprichst mich noch um. Hilfe, stirb doch. Ich muss speichern, ich muss speichern. Ich darf uns nicht mehr drauf ankommen lassen. Ja, dein kraftvoller Schlag. Ja, dein kraftvoller Schlag, von mir aus. So, raus aus dem Grundmodus. Alle umbringen, ist jetzt angesagt. Wow, immerhin. Wow. Schwabbelmodus. Oh, da kommt noch einer von euch, ey. Krieg einen zu viel, ey. Oh, Mann. Stirb, Mann. Ja, okay. Wie, ich will mal dumme Geräusche machen. Stirb. Ist ja unten noch einer von euch. Da ist noch ein gehörnter Weiher. Okay. Komm mal her, Mann, Freund. Dich kriegen wir auch noch tot. Hilfe. Ich muss sterben. Ja, Mann. Ey, da sind noch mehr von. Das ist doch nicht mal witzig. Ich will ganz so nur Urweihern auf mich hetzen, ey. Das ist nicht witzig. Ick, immer Ick. Stirb, Mann. Ich hab gesagt, stirb. Ich bin unbesiegbar. Oh, Mann. Oh, Gott. Diese Viecher. Ja, kommt. Jetzt stirb. So, Helden-Tum kann ich mal wieder anmachen. Helden-Tum ist leider. Einmal Eile, einmal Helden-Tum. Segen kann ich auch nochmal wieder neu machen. Ich muss Seemagie dann besser werden, ganz ehrlich. So, Seemagie besser werden. Schien. Und dann geht die Party auch hier ab. So, stirb, Mann, mein Freund. Du machst mich nicht tot. So, jetzt seit habe ich wieder Glück von den Kriegern. So, einmal rausgehen aus dem Modus und weiter geht die Party. Hilfe. Stirb, Mann. So. Geh, einmal Hufeisen einsammeln. Ja, wir machen uns halt viel Party hier. Müsst ihr mir ja schon lassen, ne? Wir machen hier ordentlich Krach. Und jetzt haben wir auch schon wieder 10.000 Geld. Ich meine, das ist urweilen Fett. So, das haben wir jetzt auch berührt. Ne, das schon mal. So, da fehlt ja nur eins und das sind toleranischen Post sogar. Und da haben wir, glaube ich, alle. Oh, Mann. Was denn die also getan haben dann? Na, wo sind die Schreine? Ähm. Ne, ich... Ivenhorn-Insel, Äfli und toleranischen Post. Aber Ivenhorn... Das ist nicht falsch hier. Ich besuche die Dreistagung in Tataia auf Ivenhorn-Insel, Äfli. Tataia muss ich noch hin. Da muss ich noch meine Sachen wegbringen. Okay, damit hätten wir ganz viel Bayern umgebracht. Das Geld sollten wir auf jeden Fall jetzt mitnehmen, weil das ist gar nicht mal so unwichtig bei den blöden Viechern. Gott, sind die lästig, ne? Sind die lästig. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, weil das in der Burg der Titanen nicht nur Titanen sind, sondern noch andere Gegner? Ja, wisst ihr jetzt, das sind noch andere Gegner. Und, ähm, ja, die haben wir schon mal, diesen Gegnertypen haben wir schon mal zu ganz des Anfangs des Spiels gesehen. Wisst ihr noch, wen ich meine? Ja, denkt mal drüber nach, wenn ich meinen könnte. Wer kommt da jetzt noch wieder und hat jetzt sein Comeback in mehrfacher Ausführung? Ich sage nur eins. Diese Rüstung. Wenn ihr Bescheid wisst, ey. Na gut, dann haben wir mal. So, meine liebe Freunde, ich bin wieder hier und ich werde mich jetzt zum Luftwagin-Weiß machen. Und dann, Leute, nach fast 100 Parts... Also, ich glaube, sind wir dann... Ah, nee, wir sind... Warte mal, zu dem Zeitpunkt... Warte, ne, 90... Ist... Ich glaube, wir sind sogar gerade bei 100 Parts ungefähr. Kommen wir jetzt endlich dazu. Ich meine, Magic 6 hat gerade mal 134 Parts gebaut. Das Spiel hier ist um einiges länger. Man merkt es jetzt schon. Nach was sage ich, wie viele Parts? Nach 100 Parts circa. Ich weiß nicht, wie viele Parts das hier jetzt gerade ist, aber Parts 100... Irgendwo zwischen 99 und 101 muss ich jetzt eigentlich... Irgendwo da bin ich.